Der unauffällige Audio-Jammer im Koffer sorgt dafür, dass im Umkreis von mehreren Metern keine Audioaufnahmen getätigt werden können, weder mit Smartphone, Tablet, Kamera oder Wanze. Alle Mikrofone werden durch ein für das menschliche Ohr nicht hörbares Störsignal gestört. Der Akku hält bis zu 3 Stunden bei Dauerbetrieb. Das Gerät kann unauffällig per Fernbedienung aktiviert oder deaktiviert werden. In diesem Video demonstrieren wir kurz die Funktionsweise des Jammers. Dies ist ein Test des Audio-Jammers aus ca. 1 Meter Entfernung zum Handy. Dies ist ein Test des Audio-Jammers aus ca. 3 Metern Entfernung. Dies ist ein Test des Audio-Jammers aus ca. 8 Metern Entfernung. Bei allen Testaufnahmen wurde während der Jammer aktiviert war gesprochen. Für weitere Informationen folgen Sie dem Link aus der Videobeschreibung oder besuchen Sie unseren Onlineshop unter alarm.de.